so guten tag guten tag heute gibt es das spezielle sonntagsvideo von manny also der manny der ist ja jetzt nun schon 14 tage etwa bei uns sollte eigentlich erst ganz lange bleiben dann hat er furchtbar gebellt und dann haben wir den trick raus der will einfach nur bei der familie sein also hat er sich in unsere herzen geschlichen wohnt im haus schläft im bett ja genau so wie es sich nicht gehört der manny hat so ein bisschen am herz kriegt aber da eine tablette jeden tag und ist so laut tierarzt etwa acht jahre alt bei uns ist er muss ich sagen ganz schön aufgelebt fängt jetzt an schon so teilweise frech zu werden ja total süß ansonsten ein super lieber hund fährt unglaublich gerne auto sobald eine autoschür hier drin im haus ganz ruhig und mein telefon schaltet jetzt gleich aus deswegen sage ich sofort tschüss vielleicht möchte man irgendjemandem zu hause geben tschüss